Heyo zusammen, hier ist wieder euer Messerstecher54. Willkommen heute zu einem Video im Video im Video. Das AniTuber Adventsgewinn-Spiel ist so gut wie zu Ende und ich suche mir in den nächsten Stunden oder morgen dann einen Gewinner aus, den ich per privater Nachricht anschreiben werde. Bis weiter, habe ich letzte Woche hier auf diesem Kanal nicht so viel gemacht. Dafür habe ich aber ein Musikvideo gemacht zu American Horror Story und Bring Me The Horizon Throne, was auf einem anderen Kanal ist, wo ziemlich viel Zeit auch draufgegangen ist, aber es so eine Herzensangelegenheit war. Das wäre der erste Link in der Beschreibung, kann ich jetzt leider nichts einblenden, sonst holt mich die Gamer. Dann habe ich beim neuen Video von Screnetic TV mitgeholfen, das da heißt Ich Hab Otaku. Das ist auch so eine Art Musikvideoparodie zu Ich Hab Polizei von Jan Böhmermann. Könnt ihr auch abchecken, ist der zweite Link in der Beschreibung. Dann habe ich bei einer kleinen Star Wars Synchro mitgemacht und zwar findet ihr die auf dem Kanal von LulightsX3. Ist der dritte Link in der Beschreibung. Und dann habe ich noch einen Manga vorgestellt auf meinem Manganime-Kanal Darwins Game. Das ist der vierte Link in der Beschreibung. Jetzt habt ihr vier Videos zum Abchecken, also braucht mir nicht erzählen, dass ich nicht fleißig war. Viele haben mich letztes Mal auch gefragt, was dieses Kabel im Hintergrund ist, weil es Probleme mit den Sticks gab. Jetzt ein LAN-Kabel und was soll ich dazu sagen? Seht selbst. Weihnachtenart. Ich habe mir jetzt selbst zu Weihnachten ein kleines Schwebestativ gekauft, damit ich unterwegs und auf Korns nicht immer so zitter und euch schlechtes Material abliefer. Bevor ich hier gar nichts Neues habe, war ich die letzten Tage mal mit meinem Schwebestativ zum Test auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Hab mal alles so ein bisschen ausprobiert und was soll ich sagen? Dieser Beitrag könnte genauso gut im RentnerTV der ARD laufen, aber ach, guckt es euch einfach an. Wir sehen uns bald wieder mit neuem frischen Stuff und schöne Weihnachten. Passt auf euch auf. Das Jahr ist zu Ende. Ach komm, ab zum Christkindlesmarkt. Viel Spaß. Was ist es? Das ist ein wichtiges Mal. Ich habe keine Worte mehr aufgerufen. Ich werde mit dem ganzen Welt, die sich aus der Welt zu kommen. Ich werde mit der Welt, die sich aus der Welt zu bewegen. Ich werde die Welt aufgerufen. Ich werde den Welt zurückkeinen. Ruhige dich, Bladet. Amen.